Aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim. Was macht das dann mit dem Weltvertrauen der Menschen? Gute Wissenschaftskommunikation traut sich, Unsicherheiten zu kommunizieren. Der Satz, das machen wir schon immer so, hat mich dann in die Wissenschaft getrieben. Betrachtungen und Erkenntnisse von Forscherinnen und Forschern. Moderiert von Sarah Reinke. Unser Thema heute ist der Wolf. Der böse Wolf vielleicht, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall aber das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf. Herr Richter, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Und dann würde ich gleich mit der ersten Frage loslegen. Und das ist gleich die entscheidende Frage. Wie gefährlich ist eigentlich der Wolf? Ja, das ist eine gute Frage, eine komplizierte Frage. Und ich grenze schon gleich ein. Also erstmal Deutschland mit der Europa. Ich spreche jetzt nicht für Wölfe global. Die sind ja sehr, sehr weit verbreitet. Und wenn sie ein Reh sind, würde ich sagen, ja, brandgefährlich. Unsere Hörer wird aber eher interessieren, wie das für den Menschen aussieht. Und da kann man eigentlich Entwarnung geben. In 20 Jahren Wolfspräsenz in Deutschland gibt es keinen Zwischenfall, in dem ein Mensch und ein Wolf involviert waren. Jetzt ist es ja aber so, dass historisch gesehen durchaus solche Übergriffe überliefert sind. Zum Beispiel aus Frankreich. Wie erklärt sich das? Die Befürchtung vieler Menschen ist ja nicht so sehr, dass der Wolf jetzt aktuell schon so gefährlich ist, sondern eher, dass er sich immer weiter ausbreitet und die Dichte immer weiter zunimmt. Da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Die Landschaften, also aus Frankreich ist wirklich gut dokumentiert, dass dort im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein Übergriffe von Wölfen auch auf Menschen stattgefunden haben. Aber gleich muss ich darauf hinweisen, es gibt da zwei Formen von Angriffen. Das eine ist der tollwütige Wolf. Also Wölfe hatten hohe Wahrscheinlichkeit auch an Tollwut zu erkranken und in der finalen Phase rennen die Wölfe dann durch die Gegend und beißen ungezielt Menschen. Und bevor Pasteur die Impfung gegen Tollwut gefunden hat im 19. Jahrhundert, sind sie in aller Regel daran gestorben. Da gab es dann kein Entrinnen. Zu unterscheiden sind prädatorische Angriffe von Wölfen. Die hat es in Frankreich in dieser Zeit auch gegeben. Das ist gut dokumentiert durch Professor Morico, der da lange zu geforscht hat. Aber es war eine vollkommen andere Landschaft. Die Landschaft war ausgeräumt. Sie hatten fast keine Waldstücke mehr, nur noch Waldfragmente. Die Landwirtschaft war sehr, sehr intensiv. Die Produktivität der Landwirtschaft war viel, viel geringer als heute, überhaupt nicht vergleichbar. Es gab auch damals schon durchaus dicht besiedelte Gebiete. Die Menschen auf dem Land waren wegen der Bauernaufstände generell entwaffnet worden durch den Adel. Und dadurch auch nicht in der Lage, sich gegen Wolfsübergriffe ohne weiteres zu wehren. Und Kinder waren sehr oft als Hirten eingesetzt. Das heißt, Sie würden sagen, in der heutigen Zeit ist der Wolf gar nicht gefährlich? Oder wie schätzen Sie das für die heutige Zeit ein? Also gar nicht gefährlich. Als Wissenschaftler tue ich mich immer schwer damit, etwas komplett auszuschließen. Und dann kommen wir in den Bereich der Wahrscheinlichkeit. Seit 2000 sind wieder Wolfsrude in Deutschland. Und in all diesen Jahren hätte etwas passieren können. Und es gibt, wie gesagt, nicht einen Angriff, nicht mal in Selbstverteidigung, weil ein Wolf in die Enge gedrängt gewesen wäre, noch wieder einen prädatorischen Angriff. Wir haben heute eine sehr, sehr hohe Wilddichte, auch wildlebende Huftiere, die reguläre Beute des Wolfs, Reh, Wildschwein und Rotwild. Und da gibt es mehr als genug von. Die Förster sagen deutlich zu viel. Und der Wolf hat da einen reichlich gedeckten Tisch draußen. Und, was man oft auch vergisst, Raubtiere sind eigentlich risikoscheu. Die wollen sich nicht verletzen. Und die bleiben bei dem, was sie können, was sie gewohnt sind. Und für die sind Huftierebeute. Deshalb dann auch die Nutztiere, werden wir sicherlich später noch drauf kommen. Und das bewahrt uns eigentlich davor, dass mit den Wölfen etwas passiert. Forscher sagen sogar, es ist eigentlich verblüffend, dass mit Wölfen so wenig passiert, weil sie es eigentlich könnten. Natürlich kann ein Tier, was in der Lage ist, einzeln ein Stück Rotwild zu reißen oder auch Rinder, die 350, 400 Kilo wiegen, das können die ja. Da kann ich jetzt nicht behaupten, die könnten keinen Mensch oder kein Kind angreifen und tödlich verletzen. Können Hunde ja auch, tun Hunde auch regelmäßig, regen sich die Menschen meist deutlich weniger drüber auf. Es gibt im Mittel zwei tödliche Unfälle mit Hunden pro Jahr in Deutschland. Wird leider nicht erhoben statistisch. Die Gefahr, dass sie einen Braunbär tötet, ist in Europa viel, viel höher. Wildschweine sind nicht ohne. Aber wir sind da auf den Wolf sehr fokussiert. Das hat ja sicherlich auch mit dem Thema Nutztiere zu tun, das Sie gerade schon kurz angesprochen haben. Lassen Sie uns da mal bleiben. Und Übergriffe vom Wolf auf Nutztiere, also vor allen Dingen Schafe, aber auch durchaus auf Rinder und zum Teil sogar auch Pferde, hat es ja gegeben. Sie selbst haben vor fünf Jahren an einer Broschüre des NABU mitgearbeitet. Da ging es um das Verhältnis Pferd und Wolf. Wege zu einer friedlichen Koexistenz war der Titel des Flyers. Würden Sie den Flyer, so wie Sie ihn damals geschrieben haben, heute wieder so schreiben? Oder an welchen Punkten würden Sie etwas anders machen? Also dieser Flyer war eine sehr spannende Zusammenarbeit, nicht nur mit dem NABU, sondern auch mit Pferdeland Niedersachsen. Das ist der Dachverband der großen Zuchtverbände in Niedersachsen und weiteren unabhängigen Experten in dem Feld. Und doch, wir würden das letztlich genauso widerschreiben, weil wir auch in dem Flyer schon in der Recherche der wissenschaftlichen Literatur klar gesagt haben, Wölfe reißen Pferde und es gibt Settings, in denen es eben sogar nicht unwahrscheinlich ist. Wenn Sie nach Südeuropa schauen, nach Griechenland schauen oder auch nach Spanien schauen, sind gerade Kleinfärde häufig Beutetiere des Wolfs, auch Esel. Aber da haben Sie eine extrem niedrige Dichte an wildlebenden Huftieren. Durch eine extrem hohe Bejagung, durch große agrarische Landschaften. Und dann gehen Wölfe gerade auf halbwild gehaltene und verwilderte Tiere, auch auf Pferde. Die Angriffe auf Pferde in Deutschland haben wir insofern schon prognostiziert, weil wir auch ein Risikogefälle gefunden haben und gesagt haben, je extensiver, je weiter weg, je weniger auch in einem stabilen Verband die Tiere gehalten werden, umso weniger sind sie auch zu einer Gegenwehr fähig. Und gerade, wie es sich ja auch gezeigt hat, Zwergponys, Ponys, ältere Tiere, Fohlen, können natürlich von Wölfen gerissen werden und müssen dann dementsprechend geschützt werden. Lassen Sie uns mal auf den Wolf selbst gucken. Es gibt das Wolfsmonitoring. Nach den Daten, die dort im letzten Jahr erhoben wurden, gibt es in Deutschland aktuell 128 Rudel, 35 Paare und 10 Einzeltiere. Da würde ich gerne mal wissen, wie werden solche Daten eigentlich erhoben? Wer erhebt die und sind die aus Ihrer Sicht realistisch? Es gibt das aktive und das passive Monitoring. Das passive läuft überwiegend beispielsweise in Niedersachsen. Das heißt, wir haben einen Wolfsbeauftragten bei der Landesjägerschaft, Raul Reding, der macht das letztlich im Auftrag des Umweltministeriums und der sammelt alle Hinweise auf Wölfe in Niedersachsen. Dann haben wir über 100 Wolfsbeauftragte in Niedersachsen, die werden vom Umweltministerium bestellt und die sind für gewisse Bereiche zuständig und müssen helfen in der Risserfassung, informieren und haben dann eine Reihe von Aufgaben, aber auch das passive Monitoring, dass sie eben, wenn es Hinweise gibt auf Wölfe, wenn es Risse gibt, wenn sie auf ihren Fotofeilen Hinweise haben, wird es gemeldet. Und so ergibt sich dann ein Bild, wo sich Wölfe aufhalten, weil Wölfe als Rudeltiere haben ja feste Territorien. Es ist schwierig zu erfassen, wo einzelne Abwanderwölfe unterwegs sind. Die tauchen dann mal auf und sind dann wieder weg, hatten wir ja hier im Hildesheimer Wald auch schon, verschwinden dann letztlich spurlos in der Weite des Landes wieder. Territoriale Tiere bleiben eben dort, wo das Rudelterritorium ist und das können sie dann ganz gut erfassen. Zu unterscheiden, das aktive Monitoring, das ist dann, wenn Rudel Probleme machen, wenn man genauer hinschauen will, gibt es dort auch vermehrt Übergriffe oder ähnliches, dann gehen die Kollegen los und hängen eben Fotofeilen in den Wald auf und suchen gezielt nach den Tieren und gucken, wo bewegen die sich, welches Muster haben die. Und dann spricht man von aktivem Monitoring, wo eben wirklich aktiv nach den Tieren gesucht wird. Sind Sie selbst schon mal einem Wolf begegnet in Deutschland? Leider nein. Also ich lebe selber im Wolfsgebiet. Das ist auch ja ein Vorwurf, den man uns Wissenschaftlern häufig macht. Ihr steht da und ihr habt damit überhaupt nichts zu tun. Ich lebe mit meiner Familie im Wolfsgebiet. Ich habe auch wiederholt schon bei uns direkt Wolfslosung gefunden. Wenn man weiß, wie man danach sucht, ist das nicht so ungewöhnlich, die auch zu finden. Neulich hat mir ein Freund Fotos geschickt. Das ist keine zwei Kilometer Luftlinie. Mit diesem Winter ein Wolf, eine Ecke, wo ich viel unterwegs bin, einfach ein Feld gequert hat und wieder im Wald verschwunden ist. Und klar erkennbar ein anständiger, ausgewachsener Wolf. Aber selber einen gesehen habe ich nicht. Passiert auch relativ selten. Es gibt auch wirklich Leute, die da lange mit befasst sind. Die Tiere sind dann doch eher unsichtbar. Und wenn sie nicht gerade unterwegs sind in einer offenen Landschaft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Tatsächlich gibt es hier einen Unterschied in der Wahrnehmung des Wolfs und der Gefährlichkeit des Wolfs zwischen Menschen, die auf dem Land leben, die vielleicht auch Herdentiere halten oder zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft erleben, dass dort Tiere gehalten werden und Menschen, die in der Stadt wohnen, die generell dem Wolf gegenüber durchschnittlich zumindest etwas freundlicher gesonnen sind. Wollen Sie darauf vielleicht kurz eingehen? Ja, der Wolf ist ein starkes Symbol für Stadt-Land-Konflikte. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Nicht direkt aus Deutschland, in der Schweiz gab es letzten Herbst eine Abstimmung über ein neues Jagdgesetz, womit der Abschuss von Wölfen deutlich vereinfacht werden sollte. Die Schweiz hat aktuell roundabout zehn Wolfsrudel bei 8,6 Millionen Einwohnern. Und dieses neue Jagdgesetz ist knapp gescheitert mit den Stimmen der städtischen Bevölkerung. In den Bergkantonen, wo die meisten Wölfe leben und die Almwirtschaft vor Probleme gestellt wird, durch die Risse, haben um die 90 Prozent dagegen abgestimmt. Nun leben in den Bergkantonen aber deutlich weniger Schweizer als beispielsweise in Zürich und um zu. Und da sagen die Bergbewohner nicht zu Unrecht, wir werden hier von einer städtischen Elite gezwungen zu leben, wie wir nicht nehmen wollen. Und unsere Tradition und auch unsere Wirtschaftsweise, die ja bis in den Tourismus reicht mit der Almwirtschaft, und das möchte man ja, dass dort die Almtiere sind, also große Eingriffe in die Lebensführung. Und das gibt dann Konflikte, die finden Sie auch in Deutschland sehr stark. Erzählen Sie mal was über den Wolf an sich. Wie lebt der? Wie vermehrt der sich? Wo schläft der? Wie groß sind die Rudel? Was sind vielleicht auch so häufige Missverständnisse, die Menschen haben, wenn sie über den Wolf nachdenken? Also ich spreche jetzt auch wieder über den Grauwolf in Mitteleuropa, weil der Wolf selbst ist die am weitesten verbreitete Säugetierart gewesen, bevor er große Verluste gehabt hat. Und natürlich können Sie jetzt einen Wolf aus Israel und aus Indien oder auch aus Alaska nicht vergleichen mit den Wölfen, die jetzt bei uns in Mitteleuropa leben. Unsere Wölfe leben territorial im Rudel und das ist bei uns eine Familie. Das sind immer die Elterntiere und ihre Nachkommen. Nach spätestens zwei Jahren kriegen die den Stuhl vor die Tür gestellt und fliegen raus. Also wenn die Geschlechtsreife anfängt, dann drückt das weibliche Tier den weiblichen Nachwuchs raus und der Rüde vertreibt dann letztlich auch seinen männlichen Nachwuchs. Sie haben dann immer den aktuellen Welpenjahrgang, der wird jetzt aufgezogen vom ganzen Rudel und dann natürlich auch einen erhöhten Nahrungsbedarf. Da sind die darauf angewiesen, dass geholfen wird. Dann sind die Jährlinge da, das sind also die Tiere, die vom Vorjahr, die helfen dann auch, die passen auf die Welpen auf und überwiegend jagen jetzt erstmal der Rüde und versorgt dann die Fee, also das weibliche Tier, die bei den Welpen in der Wurfhöhle bleibt und später passen dann halt auch die Jährlinge auf die Welpen auf, wenn die ein bisschen mobiler werden. Deshalb funktioniert es auch so gut mit der Hundehaltung, weil letztlich Wölfe diese familiäre Struktur, die ja auch bei uns die Kernfamilie bietet, die kennen die einfach und das ist für die völlig klar, dass es eben auch die Elterntiere gibt, die das Sagen haben, dass es eine Familie gibt und dass man sich dann nach außen abgrenzt. Auch die Schutzfunktion von Hunden ist dadurch klar erkennbar. Bei uns hat ein Rudel ein festes Territorium, das hat man auch in Sachsen sehr gut sehen können, also diese Besorgnis, dass wir irgendwann Unmengen von Wölfen haben, die regulieren ihre Dichte selber und zwar auch sehr aggressiv. Das ist eine Hauptmortalitätsquelle für Wölfe, dass sie bei Konflikten zwischen Rudeln dann sterben, auch wenn sie älter werden, schwächer werden. Also das geht da nicht unbedingt nicht zu an der Grenze von Territorien, aber insgesamt respektiert man das schon. Und das heißt aber, dass Wölfe damit beschäftigt sind, ihr Territorium zu markieren durch Kot, durch Urin, das machen die Eiltiere dann. Und dann findet man die Spuren auch, wenn man weiß, wo man nachgucken muss. Ich selber habe eine Schäferhündin und die findet das auch super spannend, wenn wir unterwegs sind und hilft mir dann quasi beim Hobby-Monitoring, weil sie natürlich die Markierung des Rüden auch sehr, sehr spannend findet. Die Dichte wird, wie ich eben gesagt habe, darüber reguliert, dass Wölfe miteinander als Rudel unverträglich sind und dass die Jungtiere abwandern und dann ein eigenes Rudel finden müssen. Das beobachten wir gerade in Niedersachsen ja auch mit dem sehr starken Anstieg der Rudeldichte, dass wir sehr viel Platz für die Tiere haben letztlich. Und dass die abwandernden Jungtiere, die eben ihr Elternrudel verlassen müssen, dann neue Territorien finden oder eben nicht finden, dann auch bei Konflikten getötet werden. Da ist eine hohe Mortalität in dieser frühen Phase drin. Es gibt auch die illegalen Abschlüsse, können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt muss ich aber noch einen Satz sagen, was frisst der Wolf selber? Weil ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, also bei uns die Wölfe zu mehr als 50 Prozent Rehwild. Und da nehmen die alles von Kitz bis Rehbock, das ist denen egal, damit werden die super leichtfertig. 15 Kilo roundabout so ein Reh. Dann Wildschwein ist sehr wehrhaft, da gehen die nicht an alte Keiler dran, sondern eben an Frischlinge. Wenn die beispielsweise auch so führende Bachen dann ablenken, gehen die rein und holen sich auch mal einen Frischling. Jährlinge, die dann ein bisschen vorlaut werden, also die Überläufer, die dann schon mal auf eigenen Hufen stehen wollen. Und wenn die dann Wolf begegnen, haben die auch wenig Chancen. Und beim Rotwild ist es hochgradig selektiv Jungtiere und weibliche Tiere und schwächere Tiere, die dort gerissen werden. Und dann kommen eben die Nutztiere hinzu, und zwar die Huftiere unter den Nutztieren. Jetzt haben Sie gerade ausgeführt, der Wolf ist das Wolfes Wolf sozusagen, also der reguliert sich und seinen Bestand selbst. Er hat als natürlichen Feind den Menschen, hat er noch andere natürliche Feinde? Eigentlich nicht, also das ist wirklich schon der Top-Predator. Und ich wüsste jetzt keine Situation, wenn man wirklich sagen kann, andere fressen gezielt Wölfe. Die sind einfach sehr wehrhaft. Und das führt natürlich auch zu einem gewissen Selbstbewusstsein, klar. Der Mensch reguliert. Und es ist letztlich ja auch die Frage, mit wie vielen Wölfen wollen wir leben? Also das ist eine menschliche Entscheidung. Deutschland war sehr lange wolfsfrei. Die Niederlande sind es heute noch weitestgehend. Ist das allein durch Bejagung, diese Situation entstanden, dass der Wolf in Deutschland und ich glaube eigentlich in fast ganz Mitteleuropa als ausgestorben galt? Man weiß in Teilen nicht, inwieweit auch der extrem niedrige Wildbestand eine Rolle gespielt hat. Da gibt es Untersuchungen in Spanien, dass das, wenn eben einfach zu wenig Beute da ist, ist selbsterklärt. Dann fehlt Ihnen die Lebensgrundlage. In den Regionen, wo das nicht der Fall ist oder das zumindest auch für, grundlegend für Populationen gereicht hat, ist es die Bejagung gewesen. Also Menschen waren da unglaublich einfallsreich, was das anging in der Wolfsbejagung und haben Wölfe wirklich, soweit man das geschichtlich zurückverfolgen kann, bejagt. Das hat aber nie für die Ausrottung gereicht. Schusswaffen waren dann sehr effektiv, aber auch das wissen Wölfe zu vermeiden und es sind ja Hundeartige und die haben eine relativ hohe Reproduktion. Also die können dann fünf, sechs bis zehn Welpen bekommen und das hilft denen dann im Jahr. Im Jahr, genau, im Jahr. Es ist wie so ein Hundewurf. Also wenn sie Hündinnen haben, wenn sie züchten, dann ist das ja auch nicht ungewöhnlich, dass sie da bis zu zehn und teilweise drüber Welpen haben und davon bringen die dann doch so fünf, sechs durchaus durch. Obwohl die Mortalität, also die Todesrate ist bei Jungtieren doch sehr hoch. Die Schusswaffen haben aber auch noch nicht der Durchbruch und der Durchbruch waren auch nicht die Wolfsangeln, mit denen man die Tiere dann gefangen hat, sondern die Brechnuss, Strichnin. Und das Vergiften, dass man vergiftete Köder ausgelegt hat und daran sind die Wölfe dann wirklich massiv gestorben. Und das hat die Population so weit runtergedrückt, dass eben Vergiftung plus immer bessere Schusswaffen dann dazu geführt haben, dass ich sag mal Ende des 19. Jahrhunderts der Wolf in Deutschland, in Mitte Europa verschwunden war. Die größte Sorge vieler Menschen ist ja, sie gehen im Wald spazieren, womöglich gar mit ihrem Hund und sie begegnen einem Wolf. Wie verhält man sich dann? Also die Wahrscheinlichkeit ist, anders als auch die vielen Bilder und Videos auf den sozialen Medien suggerieren, doch relativ gering. Die sind zum Teil auch, dass diese Bilder wirklich sehr, sehr lange laufen. In aller Regel werden die Wölfe verschwinden, zügig verschwinden. Man muss einen gewissen Unterschied machen tatsächlich mit Hunden und gerade auch mit unangeleinten Hunden, weil das finden Wölfe natürlich interessant. Und ich habe ja gerade gesagt, das sind rude Tiere, die ein Territorium verteidigen und da ist ein Hund ein potenzieller Eindringling. Wenn Sie ein Einfamilienhaus haben und einen Garten haben, dann ist es Ihnen auch egal, ob da eine Amseelsitze oder eine Taube durchkommt oder das Eichhörnchen, das ist für Sie alles okay. Aber stellen Sie sich vor, die Nachbarn kommen und grillen bei Ihnen im Garten oder völlig Fremde gehen bei Ihnen aufs Territorium. Dann werden Sie ballistisch und regen sich so auf und das führt zu einem Konflikt. Und ähnlich ist es letztlich, wenn Sie mit dem Hund in das Territorium gehen. Ich habe mal mit einem Brandenburger Wolfsberater gesprochen, der hat einen unkastrierten Rüden und hat selber auch Monitoring gemacht in Brandenburg, also eher aktiveres Monitoring. Der sagte, wenn ich mit meinem Rüden, der markiert durchs Territorium der Wölfe gehe, für die ich zuständig bin, da sind meine Kamerafein. Dann kommt der Rüde, der Wolfsrüde und läuft uns hinterher und markiert über. Ich sehe den nicht, aber der ist da. Und der ist restlos erbost, dass ich mit dem Rüden hier durchgehe und der markiert. Und dann habe ich danach meine Bilder. Ich sehe den nicht unbedingt. Und das fand ich sehr spannend. Das zeigt eben auch, dass die Wölfe durchaus ihre Distanz bewahren, aber dass es eben eine Verletzung ihres Kernbereichs darstellt. Und das kann dann zu Konflikten führen. Oft ist es so bei den Zwischenfällen auch, dass es letztlich um den Hund geht und gar nicht um den Menschen. Und dann ist ein Tipp zu sagen, ja, dort anleihen, wenn man mit den Hunden unterwegs ist, sie nicht alleine weit laufen lassen, dass man den Kontakt verliert, weil auch Hunde häufig Wölfe dann spannend finden und dahin wollen. Und das ist dann ein weiteres Missverständnis. Wo ist dann der Wolf eigentlich tagsüber, wenn man den so selten sieht? Wo hält er sich auf? Ja, da greife ich auch wieder so ein bisschen auf den Hundehalter zurück. Als Raubtier können sie ja einen Großteil des Tages eben einfach verschlafen. Energie sparen, rumliegen, Familien Dinge erledigen, zum Teil spielen, auf den Nachwuchs aufpassen, all das, was man eben so als Familien, als Eltern auch machen würde. Und dann gehen sie eben auf die Jagd. Und wenn die Jagd erfolgreich war, dann haben sie auch nicht mehr allzu viel ansonsten zu tun. Und wenn sie was Größeres haben, dann reicht es ja auch für mehrere Tage. Und dadurch sind Raubtiere generell nicht so aktiv, wie man das immer sich vorstellt. Denken sie aber auch an die ganzen Löwendokus oder so. Die liegen dann auch rum und dann gehen sie irgendwann los und versuchen einen Gnu oder einen Zebra zu reißen. Klappt ja auch meistens gar nicht. Und wenn dann Beute gemacht wurde, ja klar, dann, weil es der Rüde war und es gerade noch Jungtiere da sind, dann trägt er das auch ein. Also die fressen dann und wirken das wieder hoch für ihre Jungtiere oder auch für die Fee, wenn die im Bau ist. Lassen Sie uns nochmal über das Verhältnis Mensch und Wolf sprechen. Gibt es aus Ihrer Sicht als Biologe zum heutigen Zeitpunkt einen Punkt, wo Sie sagen würden, jetzt macht die Bejagung wieder Sinn? Also erst einmal ist es bei uns wie in Deutschland, Mitte Europa der Fall, dass wir mit Wölfen die Landschaft teilen müssen, wenn wir weiter Wölfe haben wollen. Ich hatte ja gesagt, so ein Rudelterritorium kann 250 Quadratkilometer, 300 Quadratkilometer haben. Wir haben gar nicht so große Nationalparks oder irgendwas und dann hätten Sie da ein Rudel drin. Und das ist ja auch gar nicht überlebensfähig. Sie brauchen ja den genetischen Austausch, den Partnerwechsel, all das. Also wir sind in Europa dazu gezwungen, mit Wölfen zusammenzuleben. Das ist anders in den USA oder in Kanada, wo es das sogenannte Land Sparing gibt. Also dann haben Sie Gebiete, da sind die Wölfe erlaubt, die großen Nationalparke wie Yellowstone und wenn die rauskommen, werden sie abgeschossen. Die haben dann das Problem, dass sie wenig Wanderkorridore für den Austausch zwischen Populationen haben. Also es bringt auch große Probleme. Geht bei uns gar nicht, dieses Modell. Also wir müssen mit dem Wolf zusammenleben oder irgendwann sagen, wir wollen nicht mehr mit dem Wolf zusammenleben. Wie das ja die Entscheidung der Gesellschaften vor unserer Gegenwartsgesellschaft war. Als Biologe unterscheide ich da dann die biologische Carrying Capacity, also die Tragfähigkeit eines Biotops. Und die ist bei uns für Wölfe noch sehr gut. Das sieht man ja auch an der Ausweitung in Niedersachsen, dass wir um die 30 Prozent pro Jahr jetzt Zuwachs haben. Allerdings auch vom Level Null. Das wird sich irgendwann definitiv verlangsamen. Soziale Akzeptanz ist die entscheidende Rolle, dass wir irgendwann fragen, oder die Frage wird ja von vielen Menschen auch schon gestellt, wie viele Wölfe wollen wir eigentlich haben. Da muss man sagen, wir sind durch die EU verpflichtet, Lachs gesagt einen gesunden, dauerhaften Bestand dieser streng geschützten Tierart zu haben und im Verbund mit anderen europäischen Staaten zu erhalten. Das ist eine gesetzliche Vorgabe nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Dann ist es aber die Frage, mit wie vielen Wölfen wollen wir zusammenleben. Und dann ist die Frage, nochmal als Biologe, was ist denn ein guter Erhaltungszustand der Art? Wie viel brauchen wir denn, dass die keine genetischen Probleme bekommen, dass sie gute Partnerwahl haben können, dass es einen Austausch gibt? Und da brauchen wir sicherlich noch ein paar mehr. Es wird sicher die Diskussion geben, ob wir wolfsfreie Zonen einrichten, beziehungsweise diese Diskussion haben wir ja schon. Und dass gesagt wird, die Küstendeiche, die durch die Beweidung ja auch der Klei auf den Deichen ja verfestigt gehalten wird und ähnliches, das können wir nicht zur Disputation stellen. Das ist klar. Und da ist immer noch die Frage, wie kann man die dortigen Tiere wirkungsvoll schützen oder werden das irgendwann Gebiete, wo man sagt, wenn hier Wölfe hinkommen, dann haben sie Pech gehabt und werden eben getötet. Wichtig ist mir auch noch, dass wir ja Wölfe töten dürfen, auch jetzt schon. Und dass das Monitoring, auf das ich vorhin ja kurz eingegangen bin, auch in Niedersachsen aktiviert wird, sobald Tiere auffällig werden. Die fangen nicht von einem Tag auf den nächsten an, massive Probleme zu bereiten, sondern das baut sich langsam auf. Die verlieren die Distanz, die nähern sich Menschen an, die nähern sich Hunden an, die beißen teilweise Hunde. In Sachsen gab es Fälle, wo auch Hunde getötet wurden durch Wölfe. Und dann schreitet der Staat ein. Und der erste Abschuss, ich meine 2016, von MT6 fiel in der Hörer, wahrscheinlich eher als Kurti noch in Erinnerung. Das war ja ein Tier, wo die Vergrämung nicht geholfen hat, die man versucht hat, es wieder menschenscheu zu machen. Man vermutet, dass es habituiert wurde, also sich an den Menschen gewöhnt hat, in Munster bei den großen Truppenübungsplätzen. Da haben sie sehr, sehr viele gelangweilte junge Männer, die da als Soldaten hin müssen und sich die Nächte um die Ohren schlagen und die dann auch sicherlich Spaß daran haben, mal Wölfe anzufüttern. Und das wird sich da auch tradieren. Oder die auch einfach von ihren Rationen was wegschmeißen. Und dann verbindet der Wolf das mit Nahrung. Und das ist ein zentrales Problem. Diese Habituierung, dieses Füttern, das dran gewöhnen, unbedingt unterlassen. Und dann komme ich nochmal auf das Management zurück. Dann hat der Staat ja auch entschieden, als es den Vorfall gab, wo MT6 oder Kurti einen Golden Retriever angegriffen hat in seinem Bereich. Das gesagt wurde, jetzt reicht es, jetzt wird er abgeschossen. Also diese Schutzfunktion hat der Staat ja. Ja, da sprechen wir jetzt über die ganz korrekt erfassten, staatlich dokumentierten Wolfsabschüsse. Es gibt ja aber auf der anderen Seite Menschen, die wie auch immer auf andere Art und Weise zu Schusswaffen gelangen, die auf eigene Faust losziehen und Wölfe töten. Wie stehen Sie zu solchen illegalen Abschüssen? Das sage ich jetzt als Bürger und nicht als Wissenschaftler. Da bin ich natürlich komplett dagegen. Weil wir leben in einem Rechtsstaat und das ist auch gut so. Und da sollten wir uns drüber freuen. Und wir können das nicht in das Belieben des Einzelnen stellen, ob für ihn rote Ampeln eine Bedeutung haben oder Eigentum oder was auch immer. Das gilt letztlich auch für Wölfe. Und das ist der Kern unseres demokratischen Zusammenlebens. Dass es stattfindet, ist völlig klar. Es gibt eine Beratungs- und Dokumentationsstelle des Bundes, die dokumentiert alle seit 1990 in Deutschland aufgefundenen Wölfe, die tot sind. Die gehen dann nach Berlin zum IZW, Institut für Zon- und Wehtierforschung. Und dort wird die Todesursache festgestellt. Und bei über 600 Tieren, die bisher dort waren, drei Viertel der Toten gehen auf den Straßenverkehr, können die Wölfe schlecht mit umgehen. Sowohl Jungtiere als auch Alttiere, Autounfälle, mit Zügen, alles Mögliche. Aber mehr als zehn Prozent sind illegale Abschüsse. Das sind aber nur die, die Sie sehen. Wir wissen, dass der Zuwachs an Wölfen noch rasanter ginge, wenn nicht sicherlich viele der abwandernen Tiere illegal getötet würden. Das ist einfach so. Das erklärt auch die Verbreitungsmuster. Insofern sind die gut zehn Prozent illegalen Abschüsse, über die wir wissen, die Spitze des Eisbergs in dem Bereich. Weil das sind oft auch Tiere. Und das macht es auch wieder interessant. Da spricht der Wissenschaftler dann von sogenannten Signature Killings. Also dann will uns der Mensch etwas sagen, der dieses Tier getötet hat. Da werden Köpfe abgeschnitten und an Straßen positioniert. Die Wölfe werden zur Schau gestellt. Und das ist dann eine Form, der Psychologe würde, denke ich, sagen Reaktanz. Also dass man eben damit protestiert, gegen die Art und mit ihr leben zu müssen und das auch zeigen will. Ich habe ja in meiner Anmoderation schon das Stichwort vom bösen Wolf genannt. Das ist ja eine Begrifflichkeit, die durch Märchen wie Rotkäppchen und der böse Wolf oder der Wolf und die sieben Geißlein vor allen Dingen wohl auch geprägt ist. Würden Sie sagen, dass das Verhältnis der Deutschen zum Wolf besonders angespannt ist? Es gibt ja nicht nur die Wolfsgegner, sondern es gibt ja auch eigentlich spannenderweise fast genauso viele Wolfsbefürworter. Und der Wolf lässt relativ wenig Leute kei zu den neuesten Umfragen sagen. Also 38 Prozent sind darüber begeistert, dass wir Wölfe haben. 33 Prozent sagen, bloß weg damit. Und der Teil in der Mitte sagt, ja, interessiert mich nicht, ich habe Netflix. Und ich glaube nicht, dass wir besonders Wolfsgegner sind. Also da sind die Franzosen auch sehr, sehr gut drin und die Italiener auch. Die haben nur ein längeres Zusammenleben häufig und da sind die illegalen Abschüsse nicht bestandsgefährdend gewesen. Ich hatte jetzt mehr an Skandinavien zum Beispiel gedacht oder auch an die USA oder Kanada. Ja, die mögen die Wölfe eigentlich gar nicht in Skandinavien und in Finnland. Das ist, man denkt immer, da ist alles voll mit Wölfen und wenn ich da mal hinfahre mit meinem Kanu, dann treffe ich gleich ein. Norwegen reguliert das massiv. Die haben ein Wolfsgebiet und sagen, da haben wir sechs Rudel und alles, was rauskommt, wird erschossen. Boom. Das machen die netten Norweger mit ihren Wölfen. Die Schweden sagen, wir haben ein Wolfsgebiet und da dürfen Wölfe leben. Die haben, glaube ich, um die 200. Wäre das ein Modell auch für Deutschland, zu sagen, wir haben bestimmte Gebiete, in denen wir den Wolf zulassen und in anderen Regionen nicht? Also Schweden und auch Finnland sind da unter starkem Beschuss der EU, was ihre Wolfspolitik angeht, weil die EU sagt, so geht es eigentlich nicht. Wir dürfen nach EU-Recht nur problematische Einzeltiere entnehmen. Also da muss etwas vorliegen. Das ist ja auch das letztlich, was dann zu den Abschlussgenehmigungen führt, dass gesagt wird, dieser Problemwolf hat wiederholt wolfsabweisende Sicherung von Nutztieren überwunden oder hat seine Distanz, seine Scheu von den Menschen verloren. Dann darf er entnommen werden. Und die Skandinavier-Verfahren da viel, viel kaltschnäuziger und geben Jagdfoten vor und geben auch Gebiete vor. Das halte ich für kein gutes Modell. Man muss zum Beispiel auch wissen, die Schweden müssen in ihr Wolfsgebiet Wölfe importieren, weil die genetisch so verarmt sind, dass der Bestand gefährdet ist dadurch, durch ihre Wolfspolitik. Aber die sonst so sozialdemokratisch und aufgeschlossenen Schweden und Schwedinnen, die sind da offensichtlich beim Wolf überhaupt nicht so tolerant, wie sie sonst sind. Und das ist für einen Biologen ist es ein völlig absurder Zustand, dass sie dann Importwölfe brauchen, damit die genetische Varianz überhaupt erhalten bleibt. Das Problem hätten sie nicht, wenn sie Wölfe auf einem größeren Territorium zulassen würden. Ich erinnere mich aus unserem Vorgespräch, dass sie aber auch angesprochen hatten, dass es auch so eine Art nationales Image gibt oder vielleicht nicht nationales, aber in bestimmten Weltregionen sozusagen der Wolf ein anderes Image hat, als in Deutschland oder in Mitteleuropa. Ja, klar. Jägerkulturen kommen mit Wölfen bestens zurecht. Und in Nordamerika gibt es eine Reihe der Indian Nations, die auch Wölfe als totem Tier haben und sie bewundern für den Familienverband, für den Zusammenhalt, für den Jagderfolg. Da macht man sich aber auch wenig Konkurrenz. Da ist einfach genug Wild da und beide definieren sich sozusagen als Jäger. Und da gibt es spannende Untersuchungen, Befragungen auch zum Thema Wolfsmanagement, wo man einen Stamm befragt hat, wie viele Wölfe wollt ihr denn auf eurem Territorium? Und die gesagt haben ja, die Wölfe sind unsere Brüder. Wie viele Brüder will man? Das können wir doch nicht sagen, sondern das Wichtige ist, sind sie in sieben Generationen auch noch da. Spannender Gedanke zur Nachhaltigkeit so als Nebensatz. Das ist die Marsch-Schnur gewesen, sieben Generationen und das ist nachhaltig. Und die wollten kein Wolfsmanagement. Wenn sie Hirtenkulturen haben, also freies Hüten und Wandern mit den Tieren, dann haben sie meist eine gewisse Toleranz für Verluste an den Wolf, von Einzeltieren ja überwiegend. Dann haben sie ja Hütehunde, dann haben sie auch Herdenschutzhunde dabei und wenn dann der Wolf mal ein Tier holt, dann ist das quasi eingepreist, weil sie haben ja eh hohe Verluste. Bei uns, laut Tierseuchenkasse, fünf, sechs Prozent Verluste ihrer Weidetiere jedes Jahr, ohne den Wolf. Und am schwersten tun sich eben wirklich Bauern, die festsitzen, die ihr Land haben, was sie bewirtschaften und die dort ihre Nutztiere haben. Und in den Kulturen ist das größte Konfliktpotenzial mit Wölfen. Wie ist denn Ihre Prognose auf die Weiterentwicklung der Wolfspopulation in Deutschland? Wo sind die natürlichen Grenzen auch erreicht? Also da ist noch ziemlich Luft nach oben, muss ich sagen. Erschreckt vielleicht einige, aber wenn man sich anguckt, was Wölfe können. Die leben ja in den israelischen Halbwüsten, da gibt es Wölfe. Die leben Polarkreis und drüber hinaus. Also die werden, die leben in Spanien in absolut agrarisch geprägten Landschaften und ernähren sich da nur von Wildkaninchen im Wesentlichen. Die leben an der galizischen Küste und da fressen sie, weil es nichts anderes gibt, nicht weil sie böse sind, da fressen sie überwiegend Ponys, die dafür Beweidung sind in Naturschutzflächen. Also die, die haben, das ist auch massiv unterschätzt worden, wo die Wölfe hingehen. Bei Cuxhaven hat man die auch nicht erwartet, ehrlicherweise, mit relativ wenig Weid und Ähnlichem. Aber was brauchen die? Die brauchen einen ungestörten Bereich, wo sie ihre Wurfhöhle haben und ihren Rendezvousplatz, wo sich das Rudel dann trifft und dann brauchen die genug zu fressen und der Rest ist denen, da sind sie sehr flexibel und sehr plastisch. Was sie vielleicht auch so unbeliebt macht bei vielen Menschen, weil da können sie lange drüber nachdenken, welche Tiere bringen uns eigentlich auf, warum ist es der große böse Wolf? Kein Mensch redet vom großen bösen Hamster, der ist auch nicht groß, aber auch nicht vom großen bösen Bären. Obwohl das Mortalitäts- und Verletzungsrisiko bei Bären viel, viel höher ist. Und wir schreiben den Wölfen Intentionalität zu, also dass sie bewusst so handeln. Und diese Intentionalität, dass wir sagen, das machen die absichtlich. Jetzt mal auch lax formuliert, wenn ihnen eine Amsel auf die Terrasse scheißt, dann sagen sie nicht, das hat die böse Amsel gemacht, um mich zu ärgern, sondern da sagen sie, das ist ein Wildvogel, der fliegt hier rum, das passiert eben. Und das ist bei ganz, ganz vielen natürlichen Geschehen so, dass wir einfach das akzeptieren, da denken wir gar nicht drüber nach. Und beim Wolf akzeptieren es viele nicht, weil sie sagen, das muss nicht sein und das ist absichtlich. Und dann gibt es ja auch das Phänomen der sogenannten Syplus Killings, also wo die Tiere wirklich sehr, sehr, sehr viele Schafe reißen und verletzen. Und da ist Natur nicht schön. Gibt es diesen sogenannten Blutrausch tatsächlich beim Wolf? Ich versuche es mit einer biologischen Erklärung. Wölfe bei uns, die jagen Rehe und die meisten Rehe, die sie sehen, erwischen sie gar nicht, weil die sind ja auch sehr schnell und das Beutetier darauf angepasst zu entkommen. Und wenn sie eins erwischen und da ist tatsächlich jetzt eine Gruppe von Rehen, so ein Sprung Feldrehe oder irgendwas, bleibt der Rest ja nicht stehen und sagt, oh, der Wolf frisst mich auch noch oder verletzt mich, sondern die sind ja weg. Beim freien Hüten ist es letztlich auch so, die Schafe bleiben dann ja nicht stehen und und es passiert dann ja etwas. Aber wenn sie jetzt gekoppelte Tiere haben, die die nicht weg können und die dann in Panik geraten, das ist auch nicht die Komfortzone des Wolfs, das kennt er auch nicht, sondern der ist dann mit seiner Beute da und kann sich darum kümmern und da sind nicht jede Menge Tiere um ihn herum, die die in Panik geraten, die die rumrennen, die ihn berühren und sowas. Und er kann da auch nicht so einfach weg, er kann ja das Beutetier nicht mal wegschleppen, weil draußen rum ist ja noch eine Zäunung. Wenn er über ein E-Netz gesprungen ist, ist da sogar ein E-Netz, ist ja auch nicht schön. Und dann kommt es zu diesen Surpluskillings, also diesen, was wir dann als Blutrausch sehen und wo ich sage, ja das ist für den Wolf eine künstliche Situation, da ist er nicht darauf vorbereitet durch die Evolution, weil das ist, das kennt er nicht und so erkläre ich mir das, es wird aber von Menschen in menschlichen Kategorien interpretiert und dann ist es eben ein böses Verhalten und ein grausames Verhalten. Ja nochmal eine kurze Anmerkung zum Thema Rotkäppchen und der Wolf, das ist ja wahrscheinlich das bekannteste Märchen in deutscher Sprache durch die Gebrüder Grimm, groß herausgebracht und ihre Märchensammlung und die meisten Leute meinen es zu kennen, aber oft, wenn ich meine Studierenden dann frage, was passiert da eigentlich, ist die Kenntnis dann auch gar nicht so tief, aber nochmal kurz wiederholt, Rotkäppchen mit der roten Kappe, wird von ihrer Mutter beauftragt, zur Großmutter, die im Wald lebt, zu gehen und ihr Essen zu bringen. Nahrhaftes Essen, Großmutter ist krank und auch stärkende alkoholische Getränke, sehr deutsch. Dann treffen sie den Wolf, und der Wolf sagt, hm, wäre ein leckerer Bissen, aber wie fresse ich das Rotkäppchen denn? Und lenkt es ab und sagt, pflückt doch Oma einen Blumenstrauß. Macht Rotkäppchen und in der Zwischenzeit rennt der Wolf zum Haus der Großmutter, frisst diese, dann kommen die berühmten drei Fragen, große Ohren, große Augen, große Zähne, damit ich besser fressen kann, Rotkäppchen erledigt. Wolf schnarcht, Jäger kommt, denkt Großmutter, so schnarch die doch nicht, gucke ich mal nach, sieht, aha, Wolf im Bett, Großmutter weg, schneidet den Wolf auf und beide kommen lebend wieder raus. Dann Steine rein, Wolf zugenäht, fällt im Brunnen, Wolf tot. Großmutter und Jäger trinken das stärkende alkoholische Getränk, deutsche Variante. Französische Variante, die die Grimms umgeschrieben haben von Perrault, ein Jahrhundert früher roundabout, also das ist in seinen Erzählungen 1697 oder so veröffentlicht worden. Moral von der Geschichte, also geht auch um die Wölfe, aber dort sind die Wölfe ein Symbol, dass die jungen Mädchen, jungen Frauen warnen, sich nicht mit Männern einzulassen, weil dort ist der Wolf das Symbol für das Animalische einfach. Und es ist ein Warnhinweis, verliert nicht eure Unschuld an die jungen Männer oder auch ältere Männer, die euch vollquatschen und Galanterie betreiben, die wollen euch ins Bett kriegen. Und dann sitzt ihr da. Und ein alter Ausdruck im Französischen für seine Unschuld verlieren ist auch avoir vu le loup, also den Wolf gesehen haben. Das bedeutet, also das sagt man heute nicht mehr so, aber es ist so im 17. und 18. und auch bis ins 19. Jahrhundert ein Ausdruck gewesen für eine Frau, die eben ihre Unschuld verloren hat. Und eine ganz andere Bedeutung, die auf der Übertragung aus dem Französischen ins Deutsche, in den deutschen Märchenschatz einfach verloren gegangen ist. Und da noch als Ergänzung, der Wolf steht auch für dieses Animalische, das Triebhafte, das Sexuelle, das Unkontrollierte. Und das zeigt sich dann ja auch im Bild des Wehrwolfs, der ja den Kontrollverlust hat und irgendetwas zwischen Grausamkeit und Sexualität dann auch auslebt. Und wirklich dann böse ist. Herr Richter, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die spannenden Einblicke in das Leben des Wolfs und sein Verhältnis zum Menschen. Ja, danke für die Einladung und die Möglichkeit, das mal so ausführlich erörtern zu dürfen. Gerne. Das war Aus der Wissenschaft. Ein Podcast der Uni Hildesheim. Produziert von Sarah Reinke, Mara Schrei und Alexandro Huber. Sendeverantwortlich ist Sarah Reinke. Ja, danke für die Einladung. 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 Ja, danke für die Einladung.